die erste runde wie ihr seht ist bereits gespielt das liegt einfach daran dass ich naja ich hatte einfach probleme mein shadow play zu starten und bin dann rausgegangen nach der ersten runde oder als ich tot war in der ersten runde habe ich disconnected csg neu gestartet um die maids hier haben einen timeout gekocht völlig richtig gewesen so jetzt hier runde 2 auf dem weg zu einem höheren rand das gesehen lief einfach vorbei und ich habe so direkt ein headshot einfach stumpf aber ja also an sich bin ich eigentlich ja ich bin der meinung ist es für dich habe was es wirkt mich eigentlich nicht das macht also hauptsache es macht so bock also hauptsache ich bin der meinung hauptsache es macht bock ist völlig egal welcher wenn man auf dem hohen rang spielt und dann nur auf die presse kriegt das ist ein oder der russing mit 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 zu low hp video low to Deswegen, wenn das hier für die nächste Zeit mein ist, dann bleibe ich halt im MGE. Hauptsache das Game macht Spaß, in dem Sinne, dass ich was treffe, dass ich auch Chancen habe, auf dem Sieg und so weiter, bisher muss ich sagen, es gab solche und solche Runden. Hey Main, maybe inbound, ja, or boost. Main incoming, hey Main. Pushing Main, hey, Pushing A. Door open. One up is boost. Ja, vielleicht ein bisschen zu spät. On side. Z. Da ist ein Z. Z. ja die smoke sollte eigentlich ein bisschen anderes machen ja jetzt haben wir ein bisschen die runde verschenkt und ob mir die geht oh ich habe einen Norden, nice roger das grab your gear and let's go laying down smoke smoke deploying flashbang nice blowing flashbang b smoke throwing grenade grenade out throwing smoke fire in the hall 1 knock 2b flashbang they're going mad ok ok die klee die klee throwing flashbang naja die nur geteten wieder auf A weil es A geklappt hat naja das sind natürlich schon Profi-Tactics hier bomb has been planted wieso hast du die drücken geschlossen ich hab sogar nicht gehört wirklich es ist nicht so einfach wo ist jemand warte warte FUNK FUNK hier hat noch einer null Frakes keine Ahnung was die kreift jetzt müssen wir ein B koberg ja ähm also die faken B und gehen dann A auf A zeit verzögert und darum fangen unserem Freaks hier an zu pushen oder so Ja, das war stupend von ihm Ich musste den Krieg Nice 2 mehr in der Mitte Alter, ich treffe nichts Go back, go back Ich denke, es wird 8 sein Venture Oh, ich bin aufhört 1 auf boost Er hat mich, ich bin tot Nein, nicht mehr Schau dir in der Mitte Ja, du kannst du A Main Main A-Side 2 A-Side 2 A-Side 1 mehr A-Side 1 Side 1 Mid 1 Side, 1 Mid 1 3 1 2 2 2 3 2 und auf der A fangen durch �chen Togent fangen auf der A in einen Radenbaden in der Verchaft mit S1 um down smoke deploying flashbang deploying flashbang nein zu spät die Kaffee hat die Hütung two middle boosted stay here if you hear something help you come one vent three one still boost in vent wow wirklich ein Hüt 17 in 1 pushing B na ja wir hätten noch eine eco machen ja side already sollen vielleicht planting one city bomb has been planted nice weiß nicht was da ist bei mir geht es ich weiß nicht was da ist bei mir geht es auf einer lapse i think glass to side dem Profi rang hier ist das echt schritte ja war noch ein schritte wie habe ich denn früher gespielt hat zumindest hatte ich ne bessere Die Reaktion und Aim. Power arrests win. Nice try. So, Ico. One more Ico. I mean, yes, nah. Okay. Let's move out. Throwing smoke. Smoke. Flashbang. The same plan. Don't push. Just shoot. Bullets and then go sight. AVP. One on boost. One on boost. Oh my god, hit me man. Nice. Take five seven. One. Eight HP vent. Go kill him with pistol. Eight HP. One on boost. Ah, he's ventu. Eight HP. Die Terroristen gewinnen. Nein. Okay. Können wir kommen bitte vor, Yellow? Ja, okay. Ja, jetzt schauen wir mal, was ich mit hier reißen kann. Laying down smoke. Throwing smoke. Throwing flashbang. No, no, no. I appear not. I think it's safe. It's safe. Alter, woher weiß er, dass das sich genau da steht? Come on, guys. What the fuck? Throwing grenade. What the fuck? Throwing flashbang. Just save, man. Go save, man. What the fuck? What the fuck? Und da wirft er genau in die Ecke den Molly. Jetzt natürlich auch. We didn't push. How can they plant then? What the fuck? They rushed. We're left all the time. Nothing, Marina. Bomb drop. Schon wieder so'n Molly von demselben Typen, Alter. Der weiß es doch. Bomb drop A main, guys. Four. Care Queen behind you. One squeaky. Two A side. Two A side. Two A side. Two A side. One more. One more. One more. Oh, he's car. Car. A side. Two A side. One more. You want to go up? Yes, yes, yes. I have to attack. schnell dass irgendjemand irgendwas zu viel weiß oder aber das eigentlich ist es auf allen rängen ziemlich lächerlich zu behaupten dass jemand okay 2 guys boosted man what the fuck out by the boost three guys what the fuck mit gestorben bomb was im Ich denke, sie werden B A-Main 2 Es ist dicht, blue 1-Side No HP, Side 10 HP, Side Dead, nice Take up, Quad I need to drop Passiva Das ist so lustig Wenn andere Leute Auf russisch sprechen Die natürlich so Keine russisch Die Das ist B Flasch, Purple Flasch incoming Want a flash? Nein, sie nehmen nicht Ich denke, sie werden mit Is boost Purple Nice One boost Boosted Nice Throwing fire One boost I don't know Maybe may Oh squeaky These are headsets Roger that Was ich vorhin sagen wollte, wir haben jetzt Zeit Es ist eigentlich schwachsinnig, mir vorzeitig zu behaupten, ja der hat dann und der hat dann Natürlich passiert es allen vielleicht, aber vielen Ich bin auch häufig mad und sag hier, was sehe ich, das kann gar nicht sein und so Aber es ist wirklich zu 99% ist das einfach nur Time-luck Und wenn man die Situation aus der Perspektive des anderen betrachtet, zum Beispiel jetzt in der Demo oder so Dann sieht das total harmlos aus, also die Erfahrung habe ich einfach gemacht, aber natürlich, ich weiß nicht Vielleicht fühlt sich das besser an, wenn man irgendwie die Schuld für das eigene Versagen abgibt sozusagen an den Gegenspieler und sagt hier, der hackt, ich weiß nicht, also irgendwie Also der Mensch an sich psychisch gesehen oder psychologisch gesehen ist schwer in der Lage die eigene Schuld einzugestehen Oder einzugestehen, dass er selber nicht gut genug ist oder vielleicht einen Fehler gemacht hat oder so Deswegen ist es das natürlich das Einfachste, einfach zu sagen Einfach zu sagen, dass der Gegenspieler hält Er ist ein wenig, ich glaube, es ist ein wenig, ich glaube Ich glaube, es ist ein wenig, ich glaube ein fork main and fork fork not dead wtf last guy info please i thought that guy i have money to drop all right yeah i had a flash or something but the time turned out i think they one avp don't pick don't pick please oh my god flashbang flashbang throw in flashbang watch out told you man there be there be to be to be to be come on one vent room last vent room flashbang flashbang i can flash throwing a grenade to the left to the right to the right man nice pimples tja irgendwie irgendwie hier haben wir es doch noch geschafft die runde noch zu drehen sah allen den nicht mehr so gut als der den nicht down war thank you man for 5 7 smoke incendiary fire in the hall without Ich denke, es wird den B. Grenade aus! Grenade aus! Wache auf Vent, bitte. Die ist die SZ, in der Schleuchzehnte. Die sind die Schleuchzehnte. Die sind die Schleuchzehnte. Die sind die Schleuchzehnte. Das ist R. Die Schleuchzehnte. Die Schleuchzehnte. Die Schleuchzehnte. Ich bin die Schleuchzehnte. Die Schleuchzehnte. Die Schleuchzehnte. Die Schleuchzehnte. Ja, mehr B. Die Schleuchzehnte. Objektiv E. Heird stripped. Okay. tja jetzt ist die frage wie wir gegen die auf der terrorseite ankommen also wenn die zittys sind blöder husten er hätte sicherlich auch mehr gehen Okay. Kann ich mir ein Bump, Luke? Spasiba. Just rush out. Go, 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 go! Why you stop? Go, guys! Oh! One Fork! Oh, ich wollte doch nicht mit der blöde Tür reinlaufen. Alter, wieso ich sie nicht öffne? Na, scheiße. That nade was stupid. Who threw the fuck? Fuck! 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 I had no nade. I had no nade. I had a smoke. Oh. We... We lost my all of hell. Yes, yes, yes! Let us go! Ja, die ganze Profitaktik hier war bisschen kacke. Pushing, pushing! Pushing, pushing! Come on, du. Ach! Ich war taub wie sauer. Get out, Terrorists win! Oh, are you cool? Can you boost green or purple? Can you boost me, please? Yes, but you jump! Oh, 1B Come on, just take them Yes I'm very low One short Oh, mid mid Shift, Shift, Shift She's not going In front of B is an M4 Yes Okay, not anymore One red container I've landed the bomb The bomb has been planted Oh, I'm lost on A Boom Oh Das war dumm gepusht Nachdem er einen netten Shot gesetzt hat Aber jetzt haben wir die halb auseinander genommen in der Eko Sorry Scheiß wusten Ich trinke ja jetzt hier schon so ekelhaften Ehm Ehm, irgendwas hier unten So, jetzt müssen wir aufdrehen So, jetzt müssen wir aufdrehen This is easy We killed them Now we go grilled Flakbang Furre und der Flakbang Floro und der Flakbang Achíveis Ich verstehe das nicht One mid On ja früher war das so überhaupt kein ding einfach ins gesicht beim und schuss alter und jetzt ich treffe nicht so nervig von bust so nervig tja allein deswegen ist das schon so ein dämliches gefühl also wenn du siehst okay du triffst einfach nichts das ist schon so ein wenig demotivieren so tja jetzt müssen wir mal was reißen rasch b hehehe das ist ein taktik jessi jesssucka jesssucka zusammen wir können wir schweig 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 bed so PA ich verstehe es nicht gut wir hatten aber ich meine ich wollte natürlich einfach so auf überraschung spielen aber wir erwarten dass einfach das eine rausbruch aber das bringt ja also madness ist einfach nicht so tief klar flash I'll throw in the flashbang Where did you get killed from? Where did you get killed? Main white box One shot One main I wanted to take this stupid AWP I wanted to take this stupid AWP That's nice Why? Why? He's making a blenken while the other tries to blenden Why? 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 Oder nicht Oder war er weggelaufen Wow Easy They didn't hear me, what the fuck What? What? Einfach in die AIM-Duelle gehen und One shot, anyone? Konzentrieren und dann Yes There's more connector I don't know This is what we have been working for Failed I can boost I can boost Sorry, misclick They boosted To me Close Oh sorry Thunder boost Where the fuck is the bomb? Bomb Molotov I'm on A side Nice Nice That was in der ECO glaube ich I don't know I will boost Push main What? Main He is very low HP What? Take the bomb Take the bomb Yes Come on I throw the flashback Plant open I planted Bomb has been planted He saved bestimmt He saved bestimmt, oder? He saved Unten, maybe Yellow Go hunt Go hunt yellow We are going to win We are going to win Terrorists win Terrorists win So, jetzt sind wir noch ein bisschen rangekommen Thanks Go 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 Cool Help Don't block me green Was macht ihr denn da? One is gonna push for me I'm watching Oh my god Onside Hey onside My side side Take it Einfach ein bisschen Selbstvertrauen in den AIM-Duellen Und dann sollte das eigentlich schon besser gehen Vielleicht haben die jetzt wieder ECO oder so Und wo ist? Sigmundbomb Thanks Did you break the vent? Yeah Oh, Sandpacks Sandpacks down Oh, come on Oh my god 20 HP on B Where is he on A? Main, Main Oh, I don't know You're almost lined up Ja, dumm reingesprayt, nix reingegangen, dumm Also da muss man natürlich auch nicht sagen Ich war einfach schuld, scheiße geschossen, Punkt Highway Sogar noch ein assist bekommen Orb on Highway Good job guys Ah, really bad We must win Oh, ich hab 40.000 Decks Erreicht hier Topo Ich hab ne Wappel Gehen Oh my god 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 oh oh my god 1 bushing from squeaky he will come from main with op mit beiden um fliegt sie ja irgendwie schon anders also ich meine ich hab damit gerechnet dass die nicht so weit fliegt deswegen hab ich ja deswegen hab ich ja beide maustassen benutzt aber irgendwie tried to take it naja 20 hp saving op run after him go hunt him down 20 hp he may be in city he ja he is in city take op take op we have op on the oh ok i can buy an op if you want i can buy it too i have op ak ok spasiba spasiba guys i tell you we kill them all so noch zwei runden und dann sind wir hier safe zuhause was ist denn lause sorry wow i throw in the flashbang throw in the flashbang turn it out turn it out let's throw in the flashbang turn it out topflash a topflash a flashbang i throw in the flashbang f**k 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 Nice, gott hier. Stiff walk. Main. Ah, nice. Pimpel. Pimpel, was? Rock die Welt hier. Ach komm, letzte Runde. Ich gehe rvp. Na gut, dann nicht. Dann kaufe ich mir noch ein Schock. I'm going for mid smokes. Smoke connector. Und dann habe ich Geld gewastet. Das war ja so typisch. Main. Das war so typisch. Und jetzt haben wir nächste Runde nichts zu kaufen. Kein Geld. Ander boost. Alter, so dumm. Naja. Aber verlieren können wir jetzt schon mal nicht. Aber trotzdem dumm, dass es ähm... jetzt... die Runde... muss eigentlich schon sein können. Let's throw it in Grenade. Oh, f***. Oh, f***. Eko, guys. Eko. Eko. Go for this B. Ja, was B. Eko. Let's go, my brother. Also, so solltet ihr das natürlich nicht machen. Nicht gerade. Smoke, just go, just go, just go. I'm throwing the flashback. Lord, wo war der denn da? I'm throwing the flashback. Sorry. I missed. One is vent, main. Smoke! Main, one is vent. One main. One is main, with bomb. The bomb is down A, guys. I'm trying to take B. I was trying to take B-90. I was trying to take B-90. Yes. He was on lockers. Haha, die räumen jetzt hier auf mit den Decks. Pick and fall. Komm, komm. Also, die leben hier ganz schön gefährlich. Wow. Hey, main. Prefire. Okay. We have to win. Hey, we have to win. Yeah, let's try it. Come on, let's play together. Let's go. Boost me. Yeah, we have to win. Das ist ein Buss, ein Buss, ein Buss, ein Buss, ein Buss. das match hier ich dachte wir verkacken nachdem wie es nachdem wie ich das gespielt habe hier mega blöd naja man muss halt auf jeden fall anbiet nice top nice garam pietro danke fürs zuschauen und bis denn